Moin zusammen, ich bin jetzt hier an der Kreissäge und unser Kreissägeblatt ist jetzt hier auch nicht frisch geschärft. Das würde meines Erachtens jetzt wieder alle Versuche etwas verfälschen, denn natürlich ist ein frisch geschärftes Sägeblatt auch nochmal ausrissfreier oder ausrissgeringer als hier ein etwas stumpferes. Dann habe ich hier einen sehr großen Zahnabstand. Ihr seht also, hier ist eine Schneide, hier ist eine Schneide, dazwischen sehr großer Abstand. Ich nehme es ja vor allem hier bei uns in der Werkstatt für die Massivholzbearbeitung. Das Sägeblatt ist jetzt hier sehr weit rausgefahren und wir werden jetzt hier mal den ersten Schnitt in unserer Spanplatte machen und einfach mal schauen, was passiert. Ein Trick, den man bestimmt mal irgendwie in der Tischlerei gehört hat oder von irgendeinem Heimwerker oder auf irgendeinem YouTube-Kanal vielleicht auch gesehen hat, ist, macht doch einfach unten drunter Klebeband, dann gibt es keine Ausrisse mehr. Machen wir jetzt. Die Idee dahinter könnte ja sein, was irgendwie da draufgeklebt ist, das kann ja dann auch nicht wegfliegen, kann ja auch nicht ausreißen. Das ist vom Gedanken her ja vielleicht gar nicht so dumm. Drücken wir auch hier schön feste an. Und dann sägen wir auch das einmal. Wir haben jetzt überraschenderweise festgestellt, so ganz optimal war das auch noch nicht. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt einfach mal den Vorschub wirklich sehr verringere? Wenn ich schnell nach vorne schiebe, dann ist natürlich auch das Gehacke wesentlich größer. Wenn ich jetzt hier ganz langsam schiebe, vielleicht erreiche ich damit das, was ich hier haben möchte. Überraschenderweise hat das doch mal richtig gut funktioniert. Ist natürlich jetzt hier ein sehr kleines Stück gewesen, habe dafür schon sehr lange gebraucht. Je länger die Platte wird, desto mehr muss man sich natürlich auch konzentrieren, wirklich nicht auf einmal doch ein bisschen schneller zu werden. Und habe natürlich jetzt auch hier nochmal eine wesentlich größere Belastung für meine Schneiden, weil die auch viel länger am Material rotieren. Bei größeren Platten könnte es vielleicht sogar auch da schon zu Brandspuren kommen. Wir sehen uns jetzt an, was passiert, wenn ich das Sägeblatt einfach wie vorhin beschrieben absenke und dafür sorge, das wird auch in vielen Fachliteraturbüchern so empfohlen, dass wir nur ein Zahn noch oberhalb von unserem Plattenmaterial haben. Die Schutzhaube kann ich jetzt hier nicht mehr verwenden. Ich brauche meine Abdeckung, die ich sonst immer für die verdeckten Schnitte benutze. Ich habe mir jetzt hier aus einem Stück Sperrholz eine Unterlage hergestellt. Die ist, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ein Hauch, also vielleicht so ein Zehntelchen, zwei Zehntelchen schmaler als hier oben meine Spanplatte, damit ich überhaupt hier mit Fritz und Franz noch sauber gegriffen bekomme. Lege jetzt hier also nach unten das Stück Sperrholz, oben drüber die Spanplatte, drücke das jetzt hier an und sorge auch dafür, hier nochmal mit dem Daumen, dass die Spanplatte wirklich fest nach unten angedrückt wird. Wer mag, kann sich dann auch hier noch irgendwie vielleicht mit einer Feststellklemme das von hier oben drauf drücken. Gerade bei größeren Platten ist aber durch das Eigengewicht das meistens gar nicht mehr nötig. Auch hier machen wir jetzt mal den Schnitt. Das hat richtig gut funktioniert. Ich würde sagen, wenn wir das im Querholz hätten, in unserem Massivhold vollkommen ausreichend. Kleine Phase oder allein schon hier nur mit dem Schleifpapier die Kante gebrochen. Picobello. Jetzt haben wir hier bei unserer Spanplatte aber den Anspruch, dass es wirklich so aussieht wie auf der Oberseite. Ich habe jetzt mit dem Brett, was ich gerade eingelegt habe, ja die Ausrisse nach unten minimiert. Da ist also eine Stabilisierung für die Beschichtung jetzt hier gegeben. Noch besser, mal abgesehen davon, dass wir ein anderes Sägeblatt verwenden könnten, wäre jetzt an einer Formatkreissäge ein sogenannter Vorritzer. Ein Vorritzer, das zeigen wir jetzt hier einmal kurz, gibt es also auch beim großen Bruder jetzt hier von der 250 RS. Ein kleines Kreissägeblatt, was umgedreht wird und jetzt gegenläufig in das Material eintaucht. Nur so ein paar Millimeterchen, ein sogenannter Vorritzer, sorgt also dafür, dass so eine kleine Nut vorgeritzt wird. Ist ein bisschen kompliziert einzustellen, darum war ich da auch im gewerblichen Bereich nie so der Fan von. Wir haben dann eigentlich immer eher darauf geachtet, dass die Kreissägeblätter wirklich immer scharf sind, haben dann, wenn es auch um tolle Materialien ging, also CPL, HPL, die aber auch besonders anfällig sind, wirklich dafür das Kreissägeblatt genommen. Für den letzten Schliff, also wirklich so für den Schnitt, wo man gesagt hat, das ist der Teil, der jetzt auch eingebaut wird vom Schrank. Danach wurde es dann wieder zusammengepackt. Und beim Meister im Schrank ist es dann gelandet. Da wurde dann nicht irgendwie grob mit formatiert und mal hier aus Versehen ein paar Querschnitte für die Fensterkante gemacht. Nein, wirklich nur der finale Schnitt hier bei den Platten wurde dann damit ausgeführt. Und dann ist man da auch ein bisschen länger mit hingekommen. Kommt bitte jetzt nicht auf die Idee, hier einfach das Kreissägeblatt jetzt einmal umzudrehen und dann auch damit Vorritzer zu spielen. Ist eine blöde Idee. Dann vergisst man auch einmal, dass man es so rum drin hatte und dann fliegt einem das um die Gegend. BG sieht sowas natürlich auch nicht gerne. Und im privaten Bereich sollten wir uns ja trotzdem an die BG-Vorschriften halten. Ich sage jetzt auch nicht, was man auf der Baustelle da natürlich mit der Tauchsäge für den Trick machen kann. Wir machen es anders, ganz ungefährlich. Wir werden jetzt hier einmal unser Sägeblatt absenken, dass wir wirklich nur ein Millimeter, maximal zwei Millimeter Nut an der Unterseite herstellen. Das Material wird jetzt also nur so einen Hauch angekratzt. Dann müssen wir ganz zwingend darauf achten, beim Zurückschieben, dass sich das Material nicht nach links oder rechts bewegt, denn dann ist diese Vorritsfunktion ja eigentlich schon wieder total hinfällig geworden. Kurbeln dann das Sägeblatt nach oben, dann kommt der Trennschnitt. Und wenn wir das alles richtig sauber akkurat ausführen, dann haben wir auch ein ausrissfreies Unterteilchen bei unserer Platte. Nochmal zur Erklärung. Das Sägeblatt wird jetzt also hinabgesenkt. Knapp wie möglich. Wir wollen also, dass hier vorne der Sägezahn vielleicht noch maximal zwei Millimeter übersteht. Dann wird jetzt hier mit gleichmäßigem Vorschub nach vorne bewegt. Wir lassen die Kreissäge dann, nachdem wir die gestoppt haben, auslaufen, ziehen wieder zurück und kurbeln nach oben und machen dann an der gleichen Stelle nochmal den Schnitt. Achtet darauf, dass ihr nicht hier irgendwie rumwackelt. Wenn sich das Werkstück bewegt, dann ist alles verloren. Ihr könnt sehen, das ist doch wirklich ein schönes Schnittbild. Hier sehen wir jetzt die Oberseite. Egal, ob ich mir das Mühe gegeben habe oder nicht, aber da sehe ich keine großen Unterschiede in der Qualität. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Hier, das sieht natürlich ordentlich ausgeknabbert aus, als wäre der Pfeivel der Mauswanderer unterwegs gewesen. Das können wir so nicht lassen. Zweite Reihe, ihr seht jetzt hier, das war mit unserem Klebeband. Ich habe es wirklich ganz vorsichtig abgezogen, selbst bei diesem kleinen Stück schon Zeit gelassen. Und auch von der Kante weg, was auch nochmal etwas verhindern soll. Jetzt ist aber hier doch deutlich geworden, da ist keine Unterstützung nach unten hin zu unserem Plattenmaterial, also zu der Beschichtung oder auch bei unserem Massivholz zu den Fasern. Es bricht trotzdem aus, bleibt dann ein bisschen erstmal am Klebeband hängen, aber ja, es ist erstmal losgelöst vom eigentlichen Werkstoff. Das bringt also gar nichts. Im schlimmsten Falle, das habe ich auch schon erlebt, gerade wenn wir das bei Furnier machen, reißt ihr euch sogar noch kleinere Fasern mit aus. Also auch hier eine minimale Verminderung, aber da bin ich ganz ehrlich, da müssen wir nicht drüber reden. Also diese Technik macht keinen Sinn. Weitere Variante, jetzt sind wir hier runtergegangen mit dem Vorschub. Das hat doch schon einiges gebracht. Schaut euch an, hier sind nur minimale Ausrisse noch festzustellen, im Gegensatz hier zum Anfang. Einfach nur durch den Vorschub. Das bringt es, aber denkt dran, Standzeit leidet und wir müssen aufpassen, gerade bei größeren Materialstärken kommt es dann ganz schnell mal zu Brandspuren. Hier dagegen habe ich wieder einen gleichmäßigen Vorschub, also nicht so langsam wie vorangegangen bei der 3, habe aber das Sägeblatt abgesenkt. Und ich glaube, diese beiden Ergebnisse sind doch gut miteinander zu vergleichen. Finde jetzt auch, um ehrlich zu sein, die Qualität im Massivholzbereich, im Querholz vollkommen ausreichend. Ich sagte ja schon, hier einmal Kante gebrochen, dann ist alles schick. Dann haben wir hier die Nummer 5. Da hatte ich eine Unterlage genommen, in amerikanischen Videos beliebt, die sogenannte Zero-Clearance-Inlay. Das heißt also, ich will vermeiden, dass Material links und rechts runter gedrückt wird. Alles wird stabilisiert. Ja, ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, der Unterschied hier ist minimal. Da würde ich jetzt auch sagen, also für Massivholz vollkommen ausreichend. Wer jetzt sagt, auch hier, ich kann ja ein bisschen nochmal die Kante anschleifen, kann man schon mit zufrieden sein. Aber wer wirklich sagt, ich will das Optimum, es soll jetzt hier wirklich mal ein schöner Schrank werden und alles aus Plattenmaterial, das soll dann aber nicht unbedingt mit einem neueren, teuren Segelblatt stattfinden, dann ist das hier doch wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Also wenn man sich das hier ansieht, dann haben wir hier keinerlei Ausrisse. Aber wenn ich ganz streng bin, wenn ich ganz streng bin, ist das hier vielleicht was. Aber da würde ich sagen, sind wir doch mit einem eigentlich ungeeigneten Sägeblatt mit einem tollen Ergebnis jetzt hier vorangekommen. Wir sehen jetzt gerade, was so ein paar Veränderungen schon für Auswirkungen gemacht haben, unabhängig davon, was ich jetzt hier für ein Sägeblatt verwende. Wie hat das am Ende funktioniert? Wir haben jetzt nicht mehr von oben die Fasern gedrückt. Und ihr müsst euch immer vorstellen, wo kein Gegenhalt mehr für die Fasern ist oder für die Beschichtung. Da kommt es zum Ausbruch. Darum haben wir jetzt von oben auch keinerlei Ausbrüche gehabt, alle von unten. Wenn wir mit der Tauchsäge arbeiten, dann ist dieses Phänomen genau umgekehrt. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, das Tauchsägeblatt drückt jetzt von unten nach oben. Das heißt, oben, wo man dann auch schneidet, was der Kunde dann auch blöderweise vor Ort sieht, das sieht dann immer eher tendenziell ein bisschen ausgefrickelt aus. An der Unterseite dagegen ist immer alles toll. Mit dieser Technik haben wir das jetzt aber in den Griff bekommen. Das heißt, die Fasern werden jetzt eher tendenziell oder die Beschichtung nach oben gedrückt. Dann wird wieder zurückgezogen und dann kommt von oben der Schnitt. Klasse! Selbst mit diesem groben Blatt, was ich jetzt drauf hatte, 250 mm Durchmesser, 24 Zähne, hat das hervorragend funktioniert. Jetzt muss ich da eine kleine Einschränkung geben. Die Kreissäge, die ich jetzt hier in Verwendung habe, ist jetzt ja auch nicht mehr das günstigste Modell. 1.800 Euro. Muss man schon ein bisschen Geld also verausgeben. Und dafür kriegt man aber auch eine Maschine, bei der das Sägeblatt jetzt nicht wie wild nach links und rechts eiert. Ich muss das jetzt leider ansprechen, bevor euch ja wie gesagt jetzt hier dann beim Ausprobieren zu viel Enttäuschung entgegenkommt. Wenn ihr eine günstigere Baukreissäge beispielsweise habt, wo man schon zusieht und erkennen kann, das Blatt flattert nach links und rechts, werdet ihr keine reproduzierbaren Ergebnisse damit hinbekommen. Das ist schade, da fällt mir jetzt auch erstmal keine Lösung zu ein. Das muss man so akzeptieren und vielleicht dann auch sagen, wenn man halt eben so günstiges Werkzeug hat, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen was rausholen mit einem besseren Sägeblatt. Aber man muss sich da auch vorstellen, durch diese seitlichen Vibrationen kommen ja immer wieder Schläge links und rechts an unsere Beschichtung. Und das kann unweigerlich leider nur dazu führen, dass es halt eben da zu Abplatzungen kommt. Also diese Einschränkungen müssen wir leider im ganz unteren Preissegment in Kauf nehmen. Da könnte man vielleicht noch eine Kombination machen aus ganz langsamem Vorschub. Da noch die Unterlage, das wäre dann glaube ich sogar besser, die das Ausbrechen verhindert. Und ein bisschen Hoffnung. Aber wenn wir halt irgendwie da ein bisschen mehr Qualität haben, würde mich auch mal interessieren. Vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die das einfach mal nachmachen mit der Bosch GTS. Ist ja in den meisten Werkstätten wahrscheinlich dann doch zu Hause, wie da so die Erfahrungen sind. Ich freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.